Hallo liebe Naturfreunde, zum letzten März ein Frühlingsgruß hier von meinen Kuhschellen. Ja, es ist ja immer gar nicht so einfach, mal eine Minute zu finden, wo es mal ruhig ist und kein Krach ist. So, das war es mal vom Frühlingserwachen und der März ist nun auch vorbei. Tschüss, euer Retterbruder Harry. Untertitelung des ZDF, 2020